Das ist... okay, da oben kommt... Nein, 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 nein! Ja, 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 ja! Heyo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde... agar.io Und, äh, jo! Ich bin der kleine Basti hier und, alter, alles sind hinter mir her, läuft! Der Gelbe, ohne Witz der Gelbe, der fuckt mich jetzt schon... Was soll das? Alter, wie konnte der so weit schießen? Nein! Der Gelbe, ey, den Gelben, den hasse ich jetzt schon. Der ist auf meiner Abschussliste. So, 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 wir sind gleich so groß, wie es geht. Und dann ist alles wunderwunder toll. Ähm, ich mache jetzt alle Blatt... Ja, was, was sage ich hier? Ne, das ist immer so blöd. Weil, irgendwie läuft dir immer jemanden über den Weg, der größer ist. Es gibt immer jemanden Größeres. Und das... Ist des Todes. Das ist wirklich des Todes. Und, jo, ich will jetzt mal dieses Spiel auch so ausprobieren. Mein Score, was das Beste war, waren mal 2000. Ich war sogar auch mal im Scoreboard oder in einem Leaderboard. Und es ist richtig, richtig cool. Und, ja, da habe ich jetzt auch mal Bock drauf, das so ein bisschen zu spielen, zu testen. Und wenn euch das Format oder wenn euch das Spiel dann auch gefällt, könnte man es ja öfters bringen vielleicht. Aber nur vielleicht. Aber nur, wenn ihr das wollt. Oh, da ist ein Dicker. Oh, nein, Essig. Oh, was? Oh, was? Oh, oh, shit. Oh, shit. Ich habe es versaut. Ich habe es versaut. Oh, 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 oh. So, das ist toll. Das ist toll. Das ist alles wundervoll. Ey, ohne Witz. Ne. Ey, 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 ey. Geht mir nicht auf den Keks. So, kann ich hier jemanden fressen? Alter! Deutschland, lass mich in Ruhe. Okay? So. Okay, da unten. Der hat sich wieder fusioniert. Der ist wieder fett. Ich will jetzt auch wieder fusionieren. Los! Oh, Mann, da habe ich mich fett verkalkuliert. So, hier ist einer Run, Bitches. Okay. Ähm, ich will jetzt... Ja, gut. Ich bin wieder zusammen. So. Wir sind wieder zusammen. Wir sind wieder vereint. Und ich will dich essen. Ey, nee. Das ist... Was soll das? Was soll das? Komm her. Komm hier. Hier. W Team. So. Ne, wir holen uns den da. Den da. Den will ich jetzt. Ich will dich. Und zwar jetzt. Oh. Oh. Du hast gut geschmeckt, mein Freund. Oh. Lecker Schmecker. Yay. Und den da haben wir auch am Start. Und jetzt kommt der hässliche, fette Grüne ins Spiel. Oh. Der soll mich nur in Ruhe lassen. Der hat jetzt gemeint. Der kann mich snacken. Aber. Ne, ne, ne. Nicht mit mir, Freunde. So. Wir regeln das ganz gechillt und ganz gekonnt. Und, äh, ja. Wir sind, äh, nur am Anfang gestorben. Aber das war ein unglücklicher Unfall. So. Ey. Dieser, dieser Anger da. Der nervt mich jetzt auch schon. Der hat mich voll im Visier. Das seht man direkt. Guckt euch. Und jetzt fusionieren sie sich alle. Was ist da los? Okay. Und jetzt kann ich an dem vorbei. Da ich wieder fusioniert bin. Meine Güte, ey. Das ist, äh, teilweise ist es echt schrecklich, ne. Weil von allen Seiten jemand kommt. Und deswegen, äh, bei dem Spiel, da musst du einfach extremst aufpassen. Du musst einfach wirklich aufpassen. Oh. Da hinten ist jemand explodiert. Oh. 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 Nein. Oh. Da kommt Peru angerauscht. Ne, ne, ne. Du. Peru. Das, äh, lassen wir mal schön bleiben hier. So. Und da könnten wir uns den da schnappen. So. Okay. Sehr schön. Das ist toll. Das ist wirklich toll. So. Können wir hier vielleicht. Hallo. Ich hab Hunger auf den Madman. So. Komm. Komm her. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ah. Jetzt kommt der, der Czechman. Oh mein Gott. Wann kommt Superman? Wann? Äh. Ey. 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 Jetzt geht's hier los. Guck mal, was hier für eine Party ist. Das ist ja schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Du kommst nie irgendwo hin. Also ich muss jetzt gucken, dass ich wieder groß werde. So, alter Schwede, ne? Es ist wirklich schrecklich. Das muss man einfach so sagen. So, ich will jetzt wieder fusionieren. Yeah. Und jetzt kann ich euch wieder futtern. Ihr seid alle lecker. Oh. Oh Mann. Jetzt komm hier. Ja, jetzt. Jetzt. Auf. Da. Ich will jemanden futtern. Ey. Komm. Irgendjemand. Oh. Da kommt's. V. V greift mich an. Oh nein. V. Geh weg. V lass mich in Ruhe. Oh Gott. Oh. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben geht die Party ab. Oh. V. Alter. Dieses V. Es nervt mich. Es nervt mich. Es. Oh Mann. Komm. Lass mich hier. Ich hätte jetzt gerne. Och Mensch. Da ist wieder V. Alter V. Nervt mich nicht. Fuck mich nicht ab, Mann. So. Hier. Ich will jetzt jemanden essen. Oh Mann. Ich will aber auch nicht explodieren. Dieses V. Es regt mich gerade auf. Es verfolgt mich überall hin. V. Lass mich einfach in Ruhe. So. Komm. Gehen wir hier was zusammen. So. Oh. Oh. Da könnte man jetzt zum Beispiel rein. Und den da essen. So. Das war ein taktisch kluger Schachzug. Würde ich jetzt mal so fast behaupten. Okay. Okay. Da hinten ist Aga YouTube. Ne. So. Der hat einen YouTube Kanal bestimmt. Der ist bestimmt übel cool. Oh. Und jetzt kommt da hinten Dodge. Nein. 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 Oder Dogge. Oder. Ja. Komm. 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 Hier kriegen wir bestimmt was zusammen. So. Oh. Der ist jetzt glücklich. Der ist jetzt von mir wieder ab. Äh. Hat abgelassen. Jetzt kommt. Nein. 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 Alter. Dieses. Wieder der Grüne. Das war wieder der Grüne. Alles dem Grünen seine Schuld. Ey. Nein. 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 Ich seh's nicht ein. Ich war voll gut in dem Spiel. Und dann kommt wieder der Grüne. Ihr erinnert euch an den Anfang. Der Grüne. Er zerstört alles. Und ja. Das macht mich so ein bisschen traurig. Muss man einfach so sagen. So. Jetzt kommt der wieder. Und da. Und hier. Und dralala. Und hopps. Alter. Nee. Der Grüne. Der hat jetzt echt versaut. Er hat. Er hat's echt versaut. Muss man einfach so mal so sagen. Ähm. Der hat's hier. Wir waren auf einem sehr sehr guten Weg. Muss man jetzt einfach mal so sagen. So. Okay. Können wir da. Ich wollte jemanden snacken. Aber. Nee. Da. Da ist der Dicke wieder. Oh. Da ist noch ein dickerer. Ich sag's doch. Es gibt immer jemanden, der größer ist. Als du. Was gibt's denn hier? Nein. Ja. Nein. Komm. Lassen wir mal sein. So. Da hinten kommt ein Araber. Oder was ist das für eine Schrift? Keine Ahnung. Oh man. Oh. Da ist der Grüne wieder. Der fucking Grüne. Ey. Alter. Nein. So. Der Grüne. Ey. Ohne Witz. Der nervt mich so dermaßen. So. Hat es noch auf mich abgerichtet? Sehen. Oder dreht er ab? Okay. Der dreht ab. Oh man. Wir leben immer noch. Und wir haben jetzt glaube ich an Masse zugelegt. Ich bin mir nicht 100% sicher. Okay. 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 Der Dicke ist wieder am Stüssel. Äh. 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 Da. Poker Face. Okay. 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 Drehen wir hier mal ab. So. Können wir den essen? Ne. Ne. Schade ey. Ohne Witz. Wir kommen hier hinten aus dem Eck glaube ich nicht mehr raus. Das ist ein bisschen doof. Möchte ich jetzt mal behaupten. Oh man. So. Woha. Jetzt kommt ein anderer grüner. Ey. Junge. 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 Was ist hier nur los? Wir essen die da mal. Da ist der Dicke. Hey. Der Dicke da. Der gefällt mir. Den habe ich jetzt schon dreimal gegessen. So. Komm her. Na los. Iris. Dich esse ich ja auch gerne bestimmt und so. Na los jetzt. Oh man. Kann man den essen? Komm. Komm. Kann man dich essen? Bitte. Bitte. Ich gehe es einfach mal hier lang. So. Mr. R. Mr. R. So. So ist das also. Der Mr. R. Alles klar. Okay. Obama. Dich möchte ich jetzt erstmal nicht. Na jetzt nicht dass ich was gegen dunkelhäutige amerikanische Präsidenten hätte. Sondern einfach nur weil du mir zu fett bist. Oh man. Oh man. Okay. Da ist SS. Es ist wieder einfach mal. Es sind wieder zu viele hier auf einem Flick. Du hast keine Chance. Na. Hier was richtiges zu reißen. Außer jetzt da mal irgendwie zuzuschlagen. So. Und 3, 2, 1. Gehen wir da rüber. Der Obama meint sich jetzt hier wieder alles snacken zu müssen. Ey das ist schlimm hier ne. Du hast wirklich. Also. Du musst echt aufpassen. Weil du dann echt keine Chance hast. Da unten ist der 1, 2, 3. Alter. Stop play teams. Ja. Ja. Ne. Würde ich auch sagen. Jetzt kommt hier run bitches. Alter. Es kommen von allen Zeiten. Leute. Ey. Nein. Jetzt fusioniert er sich genau in dem Moment. Bitte nein. Run. Ey jetzt. Nein. 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 Bitte nicht. Bitte nicht. Das ist mein fucking Untergang. Oder doch nicht. Oder flüchte ich. Oder ist alles in Ordnung. So. 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 Wow. Alles ist gut. Ja. Ich hab's überlebt. Oh mein Gott. Ich hab den. Den. Das. Das Attentat hier überlebt. Alter. Nein. Run bitches. Nein. Nein. Run bitches. Nein. Einfach. Ne. Ne. Wir lassen das jetzt einfach mal. Und regeln das so. Okay. Da ist ein roter. Ja. Das ist alles schön und gut. Oh. Da oben gibt's Käse. So. Oh mein Gott. Ich lebe immer noch die NASA. Hallo. Okay. Das Stubi. Okay. Stubi. Boobie. Ich hätte gerne Käse. Ich hab auch Hunger auf Käse. Also lass uns Käse essen. Oh man. So. Äh. Weißt du. Dann kommt wieder oben aus nem Eck. Kommt wieder ein großer grüner Fettsack. Okay. Mensch. Aber ich überlebe schon ziemlich lange. Da bin ich schon ein fettes bisschen stolz auf mich. Muss ich sagen. So. Hallo Schweden. Äh. Ginglich hab ich jetzt nicht. Äh. Da kommt wieder Dessert. Dessert. Ey. Aus jeder Ecke kommt irgendwas angelatscht. Angelatscht. Ja. Äh. Da kommt der 1, 2, 3. Mann. Und. Guckt's euch an. Guckt's euch einfach an. So. Äh. Du. Guck. Du kommst. Du kommst nirgends wohin. Hey. Das ist schlimm. Du hast. Überall. Überall. Und dann wird's irgendwann mal mega eng. Und dann hast du gar keine Chance mehr. Guck mal. Was. Was wollen die zwei denn von mir? Der eine lässt mich echt nicht in Ruhe hier. So. Ja. Hast du gesehen. Der hat auf mich gewartet. Und dann. Alter. Die zwei. Die sind immer noch da am Stüssel. Ey. Ey. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Stop Play Teams. Ja. Okay. So. Dann essen wir mal hier. Oh. Ich hab die Merkel gefressen. Alles schön und gut. Alles wunderbar. Okay. Gut. Ich denke mal. Das war ein taktisch kluger Schachzug. Und da unten ist der blau. Oh. Und da oben kommt der grüne. Und dann kommt hier. Und dann kommt da. Und dann. Äh. So. Was. Was. Lass mal hier. Kann man dich essen. Oh. Lecker warst du. Ne. So. Die Merkel habe ich gefressen. Dann habe ich den gefressen. Äh. Warte mal. Ja. Da könnte ich jetzt auch richtig absahnen. Dem ich einfach mal reinhüpfe. Äh. Da kommt der Sarnik. Ne. Sarnik. So. Okay. Alles gut. Alles gut. So. Und jetzt werden wir mal wieder groß. Und sind eine Großmacht. So. Da ist Italia. Okay. Hach. Mann. 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 Aber 700 Punkte. Ich muss sagen. Ich bin schon so ein bisschen stolz auf mich. Oh. Ne. Da oben kommt Dodge. Äh. Oder Dogge. Oder was weiß ich. Wie man den ausspricht. Wie spricht man das aus? Ich kenne den ja. Ich weiß mit so. So much. Wow. Und was weiß ich. Ich kenne den. Aber ich weiß nicht wie man das ausspricht. Ist Dodge richtig? Dodge. Dogge. Duh. Guckt's euch einfach fucking nochmal an. Guckt's euch an. Duh. Duh. Hey. Ohne Witz. Wie das sind überall Leute. Aber ich schlag mich richtig 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 gut. Ich bin stolz auf mich. Ohne Wiss. Ihr solltet auch ein bisschen stolz auf mich sein. Oh Mann. Hammer Leute. Hammer. Was wir hier gerade regeln. Das ist echt toll. Bin echt so ein bisschen stolz auf mich. So. Und jetzt fusionieren wir wieder. Und der da unten macht sich jetzt Hoffnung. Und jetzt bin ich größer als du. Und jetzt haut er ab. Oh. Wie ist ihm einfach recht geschieden. Der Kinja. So. Äh. Fuck. Sarist. Okay. Was will denn der. Was er. Oha. Okay. Jetzt ist er größer. Oh. Und es war der Hund. Der Dodger. Oder Dogge. Oder was weiß ich. Ne. Alter. Ne. Das gibt's ja jetzt wohl nicht. Hey. Mann. Mann. Das ist. Okay. Da oben kommt. Nein. Nein. Ja. 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 Er hat sich verkalkuliert. Oh Mann. So. Puh. Ey. Das ist schrecklich. So. Ja. Gut. Können wir da oben was absahnen. Wie sieht's denn da aus? Ich weiß nicht. Äh. Gucken wir mal. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal. Hallo. Hallo. Hi. Oh. Ich hab Hunger. Ich würde gerne etwas essen. Oh. Da ist der Lock. Hi. Lock. So. Komm. 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 Mann. 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 Könnte man hier absahnen. Ich weiß es nicht. Hier könnte man bestimmt absahnen. Aber ich will mich nicht nochmal teilen. Das ist mir zu hohes Risiko einfach. Aber hier hätte ich absahnen können. Hätte ich mich getraut. Oh da hinten kommt's V wieder. Alter V. Fuck mich nicht ab. So. Den hätten wir auch am Start. Oh. Wir haben die 1000 Punkte erreicht. Oh. Das ist alles schön und gut. Jetzt kommt V. Alter V. Und guckt mal was hier los ist einfach. Guckt's euch mal an. So. Den hätten wir. Guckt's euch an. Was willst du hier machen? Was willst du hier machen einfach? Okay. Ich fusioniere wieder. Das war meine Rettung. Oh nein. Da hinten ist Nom. 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 Und vor dem habe ich echt Respekt. Alter. Aber ich habe 1000 Punkte. Nice. Scheiße. Es ist einfach krass gerade. Scheiße. Hey. Ohne Witz. Alter. So. Jetzt kommt der wieder. Jetzt meint er. Oh. Oh nee. Ne. So. Okay. Können wir den da essen. Komm. Ich schnappe ich. Ja. 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 Komm. Komm. Jetzt kommt noch. Ey. Da oben geht einfach mal übel die Party ab. Warum verstehe ich nicht. So. Komm hierher. Komm. Na los. Der Mond. Der Mond ist tot. Es gibt kein Leben. Nein. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh fucking Gott. So. Komm ich da vorbei? Ne. Ich bin zu fett. Aber ich warte hier. Nein. 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 Oh. 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 Okay. Okay. Der Nom Nom. Er verzieht sich. Ja. Nom Nom verzieht sich. Ich lebe immer noch. Ja. Was ist das für eine kranke Runde? Ich bin voll gut. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Komm. Monster. Hab ich. Schmeckt gut. Okay. Und jetzt kommt der da unten. Ah. Alter Schwede. Freunde. Es ist ein spannendes Spiel hier gerade. Okay. Komm. Traut sich irgendjemand. Nichts. Ich würde gerne jemanden essen. Komm. Komm schon. Komm. Na los. Na. Ne. Keiner. Keiner los. Nö. Schade. Puh. Puh. So. Okay. Wir sammeln hier weiter fleißig Punkte. Und gucken mal, dass da unten der Pakistan uns nicht frisst. Okay. Der hat jetzt abgedreht. Der hat gesehen. Wir sind fett. Und gegen fette Leute kann da natürlich nichts unternehmen. So. Ich traue mich nicht, mich zweimal zu teilen. Einmal ist okay. Aber zweimal. Das wäre böse. Okay. Können wir den? Können wir den? Kriegen wir den? Kriegen wir den? Ja. 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 Oh. Perfekt. Ich sahne hier ja richtig ab. Leute. Okay. Wir fusionieren wieder. Zack. Und wir sind riesig. Wir sind einfach riesengroß. Krasser Scheiß. Das ist einfach krasser, krasser Scheiß. Okay. 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 Sehr schön. Alles wunderbar. So. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Nee. Kriegen wir nicht. Okay. Ich bin schön fett. Und das freut mich. Bin ich ehrlich gesagt glücklich drüber? Ich will auch mal fett sein. Ich darf das auch. So. Haha. Da ist ein Monster. Uh. Ich hole dich Monster. Komm schon. Na komm. Oh Eren. Das tut mir leid. So. Was geht da oben für eine Party? Ich hole euch. So. Okay. Haben wir auch ein paar wieder gesnackt. Lecker seid ihr übrigens. Also muss echt sagen. Er schmeckt echt gut. Okay. Was geht hier unten für eine Party ab? So. Mach mal jetzt einfach mal. Bam. Okay. Haha. Sehr schön. So. Haben wir ein bisschen was gephrasen. und werden immer größer. Wir haben 1600 Punkte. Ey. Was läuft bei mir? So. Der LOL haben wir gegessen. Haha. Ey. Das wird immer besser das Spiel hier. Mir gefällt das übel gut. So. Okay. Bis auf. Bis auf. The Circle of Life. So. Der gefällt mir jetzt nicht so. So. Okay. Da haben wir wieder einen gesnackt. Ich habe jetzt nur Angst, dass wieder noch ein größerer kommt. Der Doge. Der hier da hinten. Der gefällt mir jetzt zum Beispiel nicht so. Weil der übel am Abgehen ist. Da traut sich auch keiner wirklich so an ihn ran. Wie ich das gesehen habe. So. Haha. Okay. Oh. Da unten kommt was Großes. Okay. Von dem halte ich mich lieber fern. Von den ganz großen Dingen. Da halte ich mich lieber fern. Ich meine. Äh. Ja. Ich habe ja genug davon. In der Hose zum Beispiel. So. Okay. Gentleman Player kommt. So. Oha. Oha. Einfach. Oha. Oha. Ich habe einfach mal 1600 Punkte. Es ist einfach krass. Da. Da. Your Mom. So. Guck mal. Hat er es jetzt auf mich abgesehen? Der rafft es nicht. Wir sind gleich groß. So. Guck. Er hat es auf mich abgesehen. Ich merke das doch. Ah ne. Hat er jetzt doch nicht mehr. Okay. Er ist weg. Oha. 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 Okay. Ich muss jetzt nur noch auf einen klugen Schachzug warten. Und dann geht es hier richtig ab. Dann geht die Post hier übel ab. So. Ich würde dich gerne essen. Aber ich will mich nicht teilen. Weil da oben zu viele große Dinge sind. Ne. So. So. Unter anderem. Ich. So. Okay. Okay. Können wir da. Können wir da vielleicht. So. Komm. Ja. Das war wichtig. Das war ein wichtiger Move. So. Wir könnten uns vielleicht nochmal teilen. Aber das. Ich riskiere das einfach nicht. Da jetzt kommt. Nein. Jetzt kommt der große Fette. Und. Oh. Ne. Ne. So. Was ist hier los? Da hinten geht die Party ab. Okay. Der. Der. Der soll wegbleiben. Der eine da. Da ist Unge. Hi Unge. So. Ich würde mich gerne wieder fusionieren. Was will denn Kimia? Was will denn der? Ich raff es nicht. So. Jetzt komm schon. Okay. Die haben wir auch safe. So. Und da kommt wieder was großes Blaues auf mich zu. Oh mein Gott. Hey. Das ist einfach. Oh. Da ist Queen Elizabeth. Ah. Cool. So. Jetzt. Könnte ich wieder fusionieren. Alter. Was ist das für ein krankes Spiel? Ich bin. Ich bin übel gut. Ne. So. Ich guck. Hier könnte ich mich zum Beispiel wieder rein teilen. Aber ich teile mich erst wenn ich wieder zusammen bin. Zum Beispiel. Wie. Jetzt. Hä. Was? Meine Maus hängt. Oh Gott. Gerade voll in den Schock gekriegt. So. Guck zum Beispiel einfach hier rein. So. Oh ne. Jetzt kommt der Kimia wieder. Ah. Das ist auch schrecklich. So. Dahinten ist King. Hallo King. Ich weiß nicht was der sich erhofft der Kimia. So. Ich hoffe dass er jetzt Ruhe gibt. Nein. Gibt er eben nicht. Kimia. Halt deine Klappe. Danke. Guck ihn dir an. Der hängt übel an mir. Irgendwas an mir gefällt ihm wahrscheinlich. Okay. Was ist hier jetzt los? Was ist hier los? Ah. Ja. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es eindeutig vorbei. Alter. Ne. Alter. Ne. Jetzt. Jetzt habe ich es versaut. Aber auch nur wegen dem Kimia. Aber jetzt bin ich wieder größer als der da. Und jetzt ist der wieder größer als ich. Alter. Das ist so ein krankes Spiel Leute. Pam. Okay. Wunderbar. So. Ich muss meine alte Größe wieder erlangen. Aber das wird mega schwierig. Weil hier wieder was. Ah. Größeres kommt. Oh Gott. Das ist ein krankes Spiel. Einfach nur. Oh Mann. So. Komm. Können wir den da essen? Kriegen wir den? Kriegen wir das hin? Kriegen wir den? Ne. Ne. Nicht so. Oh. Jetzt kommt wieder. Guckt euch. Was soll ich da machen? Was soll ich da nur machen? So. Ja. Jetzt war es vorbei. Das war mein Todesmove. Ich lebe zwar noch. Aber. Ja. Läuft. Einfach. Läuft. Ich lebe noch. Aber ich bin wieder mega klein. Was soll ich in so einer Situation tun? Ey. Das ist schrecklich. Mann. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ohne Witz. Ah. Keine Lust mehr. Deswegen lasse ich mich jetzt fressen. Und Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Basti. So. Musik. 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 Musik.